willkommen liebe freunde ich bin krippager und heute mit ein ganz schönes video gtr 5 single player oder bist du sagst story modes liebe freunde ihr seht haben die grafik modin also realistische grafik mod ich glaube dass mit den videos so und die 4k kommen sollten sollte keine schwierigkeit haben aber an sie sieht ja geil aus freunde muss ich sagen da muss ich nur das richtig rausfinden wenn ich mich schnell bewege ja alles noch gut läuft aber wenn man im auto sitze garage gehe auf erstmal immer gucken was wir das zu tun haben freunde kontakte die sie ja die sie ist gut kann ich für dich nichts machen was haben wir bei denen hier auch besetzt wunderbar was haben wir auf dem map hier haben wir dabei zu tun was also dafür nicht laufen lassen wenn ich dann lasse ich meine eigene musik laufen freunde ich habe einen termin neue idee rote ampel ich glaube die ampel wird nicht mehr heute gerade sagen konnte ich sagen die abel wird hier nicht nicht mehr grünen wir sie grünen liebe freunde ich glaube ich da stehen überhaupt ich hatte eine ampel freunde wer ist auf die ampel brauchen wir nicht hier ja kollege ich habe auch eine hupe wie sitzt damit bom 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 oh schöne auto oh mein Gott geschossen was erzeugt geld ja tschüss bude Das war's. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sachi with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Dano? What's up, dawg? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dawg. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What do you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When there's some shit to be won, God damn it, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it and it needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, Employee of the Month. Fuck you, and come on. He was about a yes-mass-ass nigga. Oh, I think you're a mess-ass nigga. That shit is enough to get us shot right there. I never took you to be an old hairstylist-type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos do? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude's real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 Gs? With a 3 G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup design to take drug money. All right, man, look. We go in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shooting motherfucker in the back-type motherfucker. And you love me for it, nigga. Yeah, that's right, homie. Nothing but love, niggas. That's Simeon a funny dude, though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack and fall his shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? Oh, that ain't my life, dummy. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. I'm following you. I don't have weapons. I don't have weapons. I don't think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, you pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is routine lick, dog. Chill. Do them Vargos look routine? Juuu, kacy! Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. You should know, a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these, Lockup. Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Oh, we saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 vamos. Fuck the fucking diet. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy. Nigga ain't grabbed at me. Get those fools. Fuck, they're gonna have to hurt you, shit. They're gonna go to the stairs. Shit, on your left. Find your pitiful cover. You're gonna be seen up again, nigga. Oh, shit. I'm on the Bible. I'm on the Bible. I'm on the Bible. I'm on the Bible. Come on. Come on. Come on. Hey, motherfucker, right here. Come on, man. See, he's killing it. Come on. Come on. Come on, motherfucker, man. Come on. Come on. Come on. Man, you make a pussy look like a chicken. Who want to get lit up? Come on, man. Come on, man. Only one way out this motherfucker. Hey, get cover over there by the crux. They got me pinned down to take ass hands. Fuck me. Let's get through this. Let's move. Don't know what you think I'm talking about. That's the food on the Bible. Look up there. Shoot that nigga. Bust his ass. They got their whole room with him. It's so much fun to eat first, man. Check that dope. They trying to back go. Man, fuck this. How many they got? Light them niggas up. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we got to get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that other motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your pink slip. May as well get this shit done. Man, this is fucking crazy. You crazy motherfucker. Why do we have to pop all those people? You was there, too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Man, get back in here, man. He gonna get away. Man, I said, punch it, homie. Nigga, I should punch your ass after kicking that shit off. Bike don't mean nothing, homie. Nein. It's clear. I had to do that and I had to change it. I had to do it immediately. I had to do it immediately. Let's try it. Oh. Let's get it. We really gonna re-po after all this bullshit. Come on, Max. No. You crazy motherfucker. Why do we have to pop all those people? You was there, too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. Shoot that motherfucker. We want your bike, kid. Time to get that shit up, you no credit motherfucker. What's up, dude? Und der Andeck-Hälter Ja, die Bullen umnacken Ja, die Bullen umnacken Ja, die Bullen umnacken Ja, die Bullen umnacken Lassen Sie mich durch, bitte. Oh, das sind so viele Sportwagen. Oh, den muss ich mir klauen. Den will ich bei mir haben. Aber auf Multiple habe ich die Zentorten natürlich auch eine schlechte Wagen. Das Wichtige ist, ich habe jetzt eine Pistole. Ich nehme ein etwas. Machen Sie plus, die muss ja durch. Merci. Oh, das ist ein Motorrad, Kollege. Das ist ein Lange. Du hast es nicht so gemacht, Mann. Tell Simeon, dass wir nicht mehr zurückkommen können. Ich meine, dass unser Auto repariert ist. Ja, das ist Megalia. Bestanden! Das Wichtigste, dass wir bestanden haben, Freunde. Ich muss die Musik bei dem Radio ausmachen, weil ich eine Sperre bekomme. Ich muss die Musik bei dem Radio ausmachen, weil ich eine Sperre bekomme. Und zwar Einstellungen. Bei der Musik, serva. Da haben wir noch eine Mission jetzt bei denen. Der Vater sollte ausmachen. Ach so, gefällt mir nicht zum Fahren. Das geht gar nicht. Das geht nur bei F1, aber nicht je. Das geht gar nicht. Primo Deluxe Moro Sport. Du möchtest mich nicht, weil du denkst, dass ich ein Arabisch bin. Entschuldigung. Dieser Junge. Ich bin seinen Mentor. Ich bin sehr stolz von dir. Ich bin sehr stolz von dir. Ich bin sehr stolz von dir. Okay, also, was hast du für mich? James DeSanta. Einige Junge. Er ist bereits late auf seine Payung. Und ich habe diese schlechte Gefühle, dass er mehr Schmerz zu dem Auto als wir von ihm bekommen können. In den Interest-Reitungen der Entschuldigung. Geh, und geh. Die Haus ist auf... ...Hampstead. Auf Eclipse. Es ist ein SUV. Einige Rockford-Hills-Daddy-Boy-Nonsense. Das ist nicht so, was ich. Das ist ein Ding. Ich mache dir keineine Anstattung. Ich mache dir die Fahrzeuge. Ja, ich mache dir nichts. Ich mache dir keine Anstattung. Es ist so gut, mein Junge. Ich mache dir die Schmerz-Daddy-Daddy-Dad. Ich mache dir die Schmerz-Daddy-Daddy. Platz da, ich hab Seilig. Ich kannte Überholungsmanöver, aber nichts passiert. Wo, 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 wo. Ich muss das Auto nicht kaputt machen. Äh, 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 danke. Ich kann wieder nach hinten gucken. War das E? Nein? War das Q? Nein? Wie zum Teufel war das? Ah, mit C. Ich hab Lichter aus, oder? Äh, jetzt hab ich sie an. Von vorhin an, mag ich sie aus und wieder an. Äh, okay. So glücklich ist nicht da. Hey, hast du deine Geist verändert, Omaa? Wenn ich herausgefunden habe, dass du mich betrachtest, vielleicht. Ich höre, dass du das Auto für dich selbst genommen hast. Mein Arbeitnehmer des Jahres. Hör, Mann, ich und Lamar werden dir das zurückbekommen, du weißt. Oh, ich bin sicher. Ich bin sicher, du gehst dieses Auto aus, der Daddy's boy, und dann wir sprechen. Die Verkaufgaben sagen, dass sie eine Locked Garage haben haben. Also, du musst, dass du ein Access von inside der Haus hast. Mann, das ist niemals easy mit dir, ist es Simi? Du nicht mit mir über easy, du thief. Ich finde ein Weg ins Aus. Okay. Was soll ich mit denen machen? Soll ich denen erschießen? Oder soll er mich überhaupt nicht sehen? Da komme ich nicht rein. Da kann ich nicht auch springen. Au, ich wollte es nicht, dass es so läuft. Okay, da kann ich nicht auch gehen. Au! 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 Aua! Das hat, wer, will, ja, äh, ist dir, Kollege. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich versuche jetzt den Tent von vorne gleich abzuschießen. Okay, das geht auch nicht. Okay, ich muss komplett leise sein und irgendwie ins Haus reinkommen. Okay, wir werden wieder hier kriminelle. Hey! Okay. 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 So weit, so gut. Alle Tüder sind bestimmt geschlossen. Da steht eine Haut und da ist das Fenster offen. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie... Oh Gott. Wow. Oh, der Bitch genannt. Oh Gott, du. Vielleicht bist du eins. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass der so einfach so ist sagt. Also... Hm. Wer weiß, was alles so da hinten steckt, Freunde? So, hab ich bei jedem Charakter voll die Glatze. Oh, auf Multiplay. Das mal, wenn ich spiele, Alter, hab ich voll die Glatze. Und das Auto zurück. Uh. Ähm. Pff. Ja. Ähm. Ja. Ja. Wow. Ja. Let's go. Ja, na. Auf, du. Noch. Ich bin mal. Du. Ja. Wann hast du den if geLetter. Ich bin der Rauch. Jetzt ist die Garage einer. Danke, Coach. Du bist ein echter Pro, Frau DeSanta. Ein echter Pro. Du bist ein großer Student. Jetzt einfach die Hände hoch. Okay, wie das? Ja, sie hoch. Da geht's. Und fügt durch. Perfekt. Oh, okay. Ich denke, ich bin es. Oh, okay, Amanda. Jetzt fügt durch. Man kennt diese Tricks, genau wie beim Billiardspiel. Ich... Ich klärt ja, wie man es richtig spielt. Und den... ...schningene... ...auch dem Popochen ziehen. Man kennt's ja, Leute. Man kennt das. Dann hat der Mann die Freude. Und die Frau ist so blöd und die macht da noch mit. Ja. Hahaha. Ich kann total an das. Hahaha. Hahaha. Ja. Hahaha. Ich auch. Also... Wie dumm soll man sein? Wie dumm kann man sein? Da merkt man wie... Wie viele Frauen... ...dumm sind, ne? Sorry, dass ich das so sage, Freunde. Hey, Simeon. Ich habe den Rai, Mann. Ich komme zurück. Ja, wenn du die Repossession zu mir bringst, dann kann ich es zurück nach der Straße, bevor der Tag fertig ist. Das ist ein 9mm Semi-automatik, ...pushed gegen deine skull. All right. Und schau mal. Wir sehen uns nach. Wir sehen uns nach, wo du gehst. Ey, komm mal, Mann. Das war ein Repo-Job. Der Mann war hinter ihm. Keinbar. Als ich mein Sohn hat gerade das Auto. Und schau mal wie du gehst? Ich denke... ... dass du ein Kreditfraub machst. Kreditfraub? Ich bin ehrlich, Mann. Ich arbeite nur die Repo-Job. Ich empfehle einen Mann, der folgt die Ordnungen, ohne die Verantwortung zu nehmen. Ja, vielleicht ein Tag, wir haben eine Bier. Und ich werde erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Wer dir die Schlange? Ein Auto-Job. Bei dem Namen Simeon Yatarian. Also, dieser Geschäft, sieht man legit zu dir? Look, Mann. Es ist nur zwischen ihm und dein Kind. Keine Worte. Ich und Mr. Yatarian. Wir arbeiten das. Hey Mann. Es ist Jess hier. Okay. Stopp die Auto. Pull up. Das ist der Ort? Das ist der Ort. Ja, das ist der Ort. Mann. 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 Do it. Shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. Oh, he's Trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this! You recognize this car? Huh, Zinn looks like it's worth five grand. So, let's win it there. Yeah! I don't have a car, nothing, but... Hey! You're not a car, you're not a car! There's no car here. glaub ich war eines vom laden ich will mir mein fahrzeug wieder mit ganze schnauze ist reingedrückt so jetzt bin ich der mann jetzt kriegt er meine frau war zu hören das auto geht gar nichts mehr guckt hier vorne links die achse ist total für den arsch muss ich mir neue fahrzeuge besorgen da habe ich schon der erste opfer hier genau aussteigen auto gehört mir obwohl ich überhaupt mein zuhause hier habe ich meine karaktere nach hause jetzt kriegt meine frau war zu hören was sie damit der tennisspieler macht da hat die waschanlage autowäsche war kam zu spät ein smut ne, ein panto war das mein panto kaputt gemacht Oh, das ist total bullshitt. das hatte ich so so nicht meins ich habe eigene auto hier drin hier zu hause freundlich gute freunde und wir jetzt auf eine luxus im villa ja das ist das schlafzimmer wo ich das spiel speichern kann ich weiß dass sie da wenn man auf jeden fall jetzt speichern wir weitermachen weiter schank ihr seht rechte seite ist voll mit frauenschuhe kennt man ja und wird es ein extra raum mit einem schrank für die frauenschuhe ach kei manns element zu hauenschuhe ¿Oh, Peter? Warum nicht? Er ist nicht, zu Nacht. Er ist ein Bum. Ich weiß nicht, warum du bist. Was ist mit mir? Er ist eine Bum. I Me planteften. Ich höre mich. Ich kann mir selbst nicht sagen. Ich kann mir sparen. Du kannst nicht mehr wissen. Du kannst du deinem Spruch. Ich werde deine Father spielen. Du kannst du mich. Ich bin mir betrayed. Ich kann mir nicht mehr tun und ich kann sein. Es ist nicht, dass ich mich keineinste, Ah, gucken wir uns doch von Stress die machen darf. Du bist verrückt. Okay, ich komme. Für mein Boot. Okay, dann. Change of Plans. Mein liebster Junge ist in Trouble. Hey, ich helfe dir raus. Ach, da ist der Speicherpunkt gewesen und so. Okay. Lass mich durch. Na ehrlich. Wir haben den Job zu erledigen. Meine Frau ist nicht da, mein Kind ist nicht da. Sonst ist die bei dir zusammengeschissen. Durch die Bude herumzuschreien da geht da gar nicht. Die Bude. Lass Nummer 1. Keine Kinder. Hey, Mann. Look, wenn ich Kinder habe, ich glaube, kein Problem von Böden. Wer hat Böden und wer nicht. Die Böden würden sich glücklich in der Böden mit ihnen sitzen. Böden. Das ist so schwer. Nein. Aber du weißt, Böden. Ich habe einen Punkt gemacht. Mythologisieren, self-deprecation. Ich weiß es gut. Ja, Mann. Aber wo ist der Böden? Der Böden hat sich geholfen. Es ist irgendwo an der Böden. Mann. Du weißt nicht? Über mein Böden? Ja, ich bin. Aber du kannst immer noch ein Böden kaufen. Ja, erzähl meine Accountantin das. Mann, du kannst immer noch eine Kredite für eine. Aber du kamst zu einem? Nein, danke. Alles klar, Homie. Ich bin dein Freund. Ich bin jemanden, den du möchtest. Ich bin jemanden, den du möchtest. Wirklich? Mann. Ich dachte, du warst aus. Warum wirst du möchtest möchtest? Ich bin jemanden mit einer Kredite? Weil ich immer noch ein paar Dinge erzähle dir. Vielleicht helfen dir die Tür zu öffnen, mit allen Dingen der Böden, mit dem Böden zu verraten. Das ist schönes Meer, Freund. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Das bist du, mein Freund. Oh, shit. Oh, no. Oh, no. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte das Meer angucken. War wohl nichts. Okay. Das heißt, wir haben Zeitdruck. Da geben wir Gas. Wir gehen gleich an uns mehr, Freunde, nach der Mission. Man, ain't you worried? Ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parroting issues entail. Hello there. Oh, there. There, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch them. Hey, what are we about to do? I'm going to get you closer, and you're going to go board that thing. All right, man, shit. Fuck it, let's do this. All right, I got a piece of the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You're shooting with one hand and driving with the other. My motherfucking sergeant is, I might miss the jump and fall in fucking trap. You said you wanted to learn from the best. You're the best lesson number one. This is it, the graphic is spinning up and down. Hey, you want me to do this shit? You better get me closer, man. Hold tight, pal. I'm not up here for fun, man. Give me near the damn boat. Hold on. I'm going to hold it a little bit, and now give me closer. And I'm still not going to sleep. Hey, you want me to do this shit? But you better get me closer, man. Stick on the hood, okay? No, homie. You're fine. Jump. You got a tight grip? Good. Oh, fuck this. Hold me. Crap. Fuck, kid. Oh, fuck. Shit. Shit. Ah, shit. Come on, kid. Come on, kid. What the fuck? Throw him overboard. Knock the engine. Shit. Fucking engine. Oh, easy with those pricks. You know who you're stealing from? You're pirates, you know that? Be cool, Frank. Be cool. Shit. And this dude's trying to kill me, man. Fucking animals. Hey, ain't you covering me? You're on the wrong boy, boy. What the fuck? All right. Now look for my son. Dad? Wait. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy. Kid, watch out for the boom. Fuck. Hold on. Dad. Help. Help. Ah, too close. What the fuck is wrong with you, kid? Dad. Don't dad me, you little shit. You better hope she's still seaworthy. What is going on? Come on, come on, come on, come on. Ah, crap. Ah, shit. Ah, shit. Ah, kid. Shit. Shit. Ah, shit. I ain't jumpin' from here, man. Get closer. Remind me not to come to you for a parent in that fight. Ah, this is gonna kill me. Now that doesn't sound good. Dang, that's the engine, man. We ain't chasin' shit in this thing. Don't you die on me yet. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drivers there, we can get the ride fixed. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's hardly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that. But all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Hey. Hey. I'll get it done, dawg. No problem. Enough. All right? Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Hey. I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs. By the airport. All right? Thanks. Thanks, man. Hey, man. We might be able to find a boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. It's gone. It's going to rain soon. You covered for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on the Great Ocean Freeway, you know? Fuck. I hate paperwork. Hey, so you, uh, do much yachted? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. You know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I'd come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fear your time. Dream of the dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Gemlex. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after. So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They drop his back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. Appreciate it. You start back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? So, man. Hey, sorry, we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Oh, total zerstört. Oh, was ist das für ein schöner Poster? Habt ihr gesehen, Freunde? Was ist das für ein schöner Poster? Oh, das ist das für ein schöner Poster? Schlechter wird doch und auf und zu. Vielleicht zu machen hier, Freunde. Wunderbar. So, machen wir die Scheibe wieder kaputt. Okay, Mann, ich zieh dich nach Hause. Es ist Franklin, oder? Ja, Franklin. Oder die Kredite für unsere Mannschaft. Der Inverteid. Du kennst mich, was du möchtest, Mann. Ja, nein, ich meine, klar. Jimmy, oder James? Jimmy? Oder, wie, Jizzle? Nein, Mann, ich werde nur mit Jimmy, Mann. Also, was ist das Problem, Mann? Huh? Du und mein Mann, ich sehe dich in der Verhandlung. Und jemand steals mein WIP. Und Pop ist all, like, he hat hier zu reden, um zu reden, um zu reden. Yo, Pop hat mehr zu reden, was er tun? Look, Mann, wenn er nicht sagen will, ich nicht sagen will, ich nicht sagen will. Aber ich habe meine fucking Arbeit, und ich habe mich verletzt, und ich habe mich verletzt, du blüter. Dude, mein Vater ist jetzt, wie, fully? Wie, seine einzige Markable-Skills und ich habe die TV-Skills trünen? Mann, ich weiß, ich weiß, Mann. Er scheint mir gut zu mir. Scheiße, er hat dir gegründet. Du hast gegründet. Du hast gegründet. Nein, nein, Mann. Ich weiß, vielleicht sind wir gut zusammen, wie, vielleicht können wir machen, wir können nicht selber machen. Wenn er ihn aus dem Haus ist, dann ist das cool für mich. Ja, wir sehen uns. Schau, ich bin entschuldigt, mein Vater hat einen Job verloren verloren. Es ist schwer da draußen. Ich meine, ich bin in der Zeit geflogen. Oh, du hast einen Feuer, Mann. Damn, das ist gut. Ich bin nicht Feuer, aber ich habe keinen Job. Ich bin da, homie, du hast deine Resümee rausgebracht, aber keiner ist ironing. Nein, ich habe keinen Job. Ich habe nie einen Job gehabt. Es fühlt sich als hartes Arbeit. Leid, die Tage haben einfach nicht verliebt. Was macht er? Die Tage haben einfach nicht verliebt. Shut up, Mann. Boah, ey, Gottes Wille, das kann doch nicht wahr sein, ne? Ja. So, seit wir beide unemployed, können wir zusammen gehen, weißt du? Ja, ich denke über das, Hom. Oder, oder wir können nur, wie, shoppen, weißt du? Wir spielen Darts, oder wir haben unseren Drink. Strip-Clubs. Komm, Mann, ich bin wirklich verrückt. Ja, ich habe deine Nummer, ich brauche, Mann. Aber, ey, du weißt du was? Mann, geh einfach auf deine Pappen, okay? All right, Church. Genau, Mann. Mein Bruder von einer anderen Mutter. Ich meine, ich hoffe so, weil meine Mutter war irgendwie ein skanker. Wir sehen uns zurück in den Tag. Tschüss. Ja, egal, Hom. Ah, jetzt heißt es, wieso die Mutter... Jetzt ist der Sohn. Okay. Jetzt wissen wir Leute, wieso die Mutter mit der Tennis-Leader so war. Die war früher eine SCH. Gut zu wissen. Oh, jetzt gehen wir aber am Strand. Egal, wer mich anrufen tut. Wir gehen jetzt erst mal am Strand. Wie? Das passiert, wenn man an den Telefon geht. Wenn man fährt. Du bist wie ein Son für mich. Ein Mitarbeiter des Monats. Das bedeutet nichts für dich. Mann, der Mann hat eine Schuhe in meinem Hand. Keine Loyalität, keine Integrität. Du solltest die Bühne haben. Mein Geschäft, mein total legittes Geschäft. Du bist verdammt, mein Junge. Verdammt. Übrigens, das Auto... Ah, ne. Vordere, rechte Achse hat was abbekommen. Er dreht sich nicht mehr. Okay, Planänderung, Freunde. Ähm. Den wohnen wir hier, wie es scheint. Ja. Ja, hier. Haben wir hier eine Garage. Wir sind jetzt mal da. Da holen wir uns ein schönes Auto. Wenn wir soweit kommen. Guck mal, das blockierte Rad. Der Ritt ist kaputt. Der Ritt ist kaputt. So, Kollege. Nehmen Sie mir bitte nicht übel. Ich schaue aber den Auto jetzt. Hey! Shit! What? Don't become no murder case now, nigger. Ah! Shit! Ich schaue mich dir. Du absoluter idiot! Das macht keinen Schein. Ich habe sicher, dass du mit meinem Kopf bist. Ich bin gespannt. Das ist ein Schuss. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh ne, der nächste Auto, was ich zerstört habe, jetzt hier. Kann ich sehr schlecht lenken. Oh mein Gott. Ah Oh Jawohl, ich kann nicht in die Garage Jawohl, die Bullse Die sind weg Keine Bullen da Wunderbar Wunderbar Jetzt muss ich aufpassen Ah Ich muss dafür 30.000 Dollar zahlen Was ich natürlich nicht habe Was für ein Wunder Da laufe ich kurz zu mir nach Hause Da habe ich dort mein Auto Jo Gang, was geht? Bitte nicht losfahren Nicht losfahren Ich weiß nicht, ich habe rot Aber trotzdem Dankeschön Ich habe einen Schuss am Rücken gekriegt Da Äh Nicht gerade so schön Ey Jo Bruder, was geht? Jo Bruh Keine Zeit Keine Zeit Keine Zeit Ein bisschen Joken Ah Puh Ich bin in der Spiel zu lange Für echt, für echt mein Baby Ich bin in der Ich bin in der Kirche mit mir Oh, jetzt habe ich auch mein Motorrad hier Am Schrand Schrand am Keine Zeit für dich Cousine Ich bin schon am Schrand Das ist ein Schweinehund Durch habe ich gar nichts abbekommen Oder besser gesagt Das ist nicht so toll Ich da an Ja Vielleicht das Licht ist kaputt Da würde ich jetzt aus dem Auto rausziehen und auf die Fresse hauen Ich habe auch eine Hupe, Kollege Nicht nur du Was ist los bei dir? Film mal deine Base Ahahahahahahaha Hallo Sagte mir der Stingelfinger Ich glaube ich spinne jetzt Ich finde schade dass man auf Multiplayer nicht die Grafik Mod benutzen kann Was man da hat Das ist wirklich schade Das ist wirklich schade Das ist wirklich schade Gib mir Klobber Ja Ja Motorrad ging Sorry Bro Was passiert? Da kann man nichts machen Was passiert? Wie ist das? Der behinderte Parkplatz Das sind 3 rot Äh weises Auto Ich hätte falsch Rot gesagt Kein gutes Wetter und anfang zu gehen trotzdem gehen wir freunde Rechnung wie vermisse ich das mehr freunde mal ehrlich gesagt eigentlich sollte ich mich ausziehen aber was soll's so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020